Sehr geehrte Fluggäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zielflughafen. Bitte schnallen Sie sich an, klappen Sie die Tische ein und bringen Sie die Rückenlehne in eine aufrechte Position. Danke, dass Sie mit Pacific Airline geflogen sind. Wir würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Was war das? Das hat sich wie eine Explosion angehört. Oh nein, das Triebwerk ist explodiert. Mayday, Mayday, hier ist Pacific Airline mit der Flugnummer 1093. Es gab eine Triebwerksexplosion. Wir verlieren sehr schnell an Höhe. Ich werde eine Notlandung einleiten. Hier ist der Tower. Habe verstanden. Ich alarmiere sofort die Flughafenfeuerwehr und die Landebahn wird freigehalten. Ich drücke Ihnen die Daumen, damit alles klappt. Vielen Dank, ich beginne jetzt mit dem Landeanflug. Wir hatten eine Triebwerksexplosion. Bitte verhalten Sie sich ruhig und bleiben Sie sitzen. Wir setzen jetzt zur Notlandung an. Mama, Mama, ich habe so Angst. Brauchst du nicht. Ich bin doch bei dir. Und das ist ein erfahrener Pilot. Wir sind gelandet. Bring die Fluggäste sofort in Sicherheit. Befinden sich noch weitere Personen an Bord? Nein, wir waren die letzten an Bord. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit, bevor es noch zu weiteren Explosionen kommt. Und ich schaue nach, ob alles bei den Löscharbeiten klappt. Oh je! Was ist los? Musst du auf die Toilette? Nein, schlimmer. Die Pumpe ist kaputt. Und Jungs? Läuft alles? Äh, nein. Die Pumpe ist gerade kaputt gegangen. Nein, das ist aber ganz schlecht. Gib sofort dem Tower Bescheid, dass der die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Hier ist die Flughafenfeuerwehr. Unser Fahrzeug ist defekt. Bitte alarmieren Sie die umliegenden Feuerwehren. Oh je, das ist ja wirklich schlimm. Ein Unglück kommt selten allein. Ich alarmiere sofort die Feuerwehren. Hier ist die Feuerwehreinsatzzentrale. Hier ist der Flughafentower. Wir haben ein Flugzeugbrand und wir brauchen Unterstützung. Natürlich, ihr könnt auf uns zählen. Wir helfen euch. Hier ist der Flughafentower. Wir haben ein Flugzeugbrand und wir brauchen Unterstützung. Wir sind schon unterwegs. Los geht's, Tom. Wir haben einen Einsatz am Flughafen. Okay, ich komme. Ich versuche, die Pumpe zu reparieren. Vielleicht habe ich ja Glück und sie läuft wieder. Hallo, wir sind das Notarzt-Team. Gibt es unter Ihnen irgendwelche Verletzten? Nein, mir geht's gut. Zum Glück haben wir alles gut überstanden. Und bei dir? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Zum Glück war meine Mami bei mir. Das freut mich zu hören. So wie es aussieht, werden wir hier nicht gebraucht. Komm, wir fahren wieder zurück. Hoffentlich kommt bald die Unterstützung. Das Feuer breitet sich immer mehr aus. Und die Fässer mit dem Öl sind gefährlich nah dran. Endlich, das sind sie ja. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte macht euch gleich an die Arbeit. Und ein Löschfahrzeug soll bitte die Ölfässer neben dem Flugzeug abkühlen. Damit diese nicht explodieren. Ja, wird gemacht. Und wie sieht es aus? Läuft die Pumpe wieder? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Sie läuft wieder. Endlich mal eine gute Nachricht. Dann kriegen wir das Feuer hoffentlich noch unter Kontrolle. Das Feuer ist gelöscht. Ohne eure Unterstützung hätten wir das nicht geschafft. Boss, die Luft ist rein. Niemand hier. Seid ihr bereit? Ja, Boss. Ich bin bereit zum Angeln. Und was ist mit dir? Ja, ich bin auch bereit. Hier habe ich den Schlüssel. Dann schließe ich mal auf. Mist, Boss ist Sicherheitsglas. Hm, lass mich mal überlegen. Ich komme gleich wieder. Wo ist der hin? Oh, ich gehe lieber in Deckung. So kenne ich unseren Boss. Der hat immer eine gute Idee. Und jetzt räumen wir das Museum aus. Als erstes angeln wir uns die wunderschöne Krone hier in der Vitrine. So, ganz vorsichtig, damit der Alarm nicht ausgelöst wird. Perfekt. Und jetzt bist du an der Reihe. Zeig mir deine Angelkünste. Das ist eine Kleinigkeit für mich. Ja, langsam, runter, weiter, super. Und jetzt wieder hoch. Ja, vorsichtig, nicht an die Vitrine kommen. Ah, da ist sie ja, meine Krone. Ich will sie halten. Gib sie her. Vorsichtig. Endlich. Das hat sich gelohnt. Ein wunderschönes Stück. Und jetzt räumt das Museum aus. Lasst nichts hier. Ja, Boss, machen wir. Die Kette und die Krone kann ich gut gebrauchen. Ein hübsches Bild. Das passt gut bei mir ins Wohnzimmer rein. Fertig. Wir können abhauen. Wahnsinn. Schau dir mal den Schaden an. Die haben mit dem Bagger die ganze Tür eingedrückt. Ich melde es der Zentrale. Zentrale, wir sind hier am Museum und es wurde eingebrochen. Wir gehen jetzt rein und sichern die Spuren. Schau mal, die haben ihr ganzes Werkzeug hier gelassen. Ja, die hatten es bestimmt eilig, hier wegzukommen. Aber gut. Ich schau mal, ob es Spuren gibt auf dem Glasschneider. Ja, da ist was. Ich kann etwas erkennen. Jetzt etwas Pulver auf die Fingerabdrücke drauf. Und jetzt noch mit der Klebefolie die Fingerabdrücke aufnehmen. Ich gehe ins Auto und leite die Fingerabdrücke an die Zentrale weiter. Zentrale, ich schicke jetzt die Fingerabdrücke aus dem Museumsraub. In Ordnung. Ah, sie sind gerade eben angekommen. Ich gleich jetzt die Fingerabdrücke mit unserer Verbrecherdatei ab. Ah, da habe ich ja was. Streife PM16, zur folgenden Adresse fahren. Zur alten Scheune in Michelsdorf. Unter der Adresse ist ein Mann gemeldet, der unter dringendem Verdacht steht, den Museumsraub begannen zu haben. Komisch, ob wir hier richtig sind, sieht ziemlich verlassen aus. Von wegen verlassen. Anscheinend sind wir nicht willkommen. Zentrale, Zentrale, wir sind hier an der alten Scheune und werden beschossen. Wir brauchen Unterstützung. Es sind alle Streifen unterwegs. Ich alarmiere das Sondereinsatzkommando. Hier Zentrale, das Sondereinsatzkommandos. Wo? Alte Scheune, Michelsdorf. In Ordnung. Ich schicke sofort das Einsatzkommando los. Meine Trechung wurde nicht. Ich streifeали das Söhne. Ich streife wurde nicht. Ich werde mich nicht. Ich sollte mich nicht. Also war das S uncles in Richtung. Vertraue zur You creier nicht in Richtung. So Männer, folgende Vorgehensweise Das Feuer erwidern und dann die Scheune mit Tränengas beschießen Jetzt das Tränengas abfeuern Oh nein, meine Augen, das brennt Wir ergeben uns Sie haben das Recht zu schweigen Alles was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt Haben Sie das verstanden? Ja, verstanden, nur kein Tränengas mehr bitte Keine Angst, es dauert nicht lange zum nächsten Gefängnis Und hier ist die Beute aus dem Museumsraub So wie es aussieht, ist alles noch da Da haben wir einen dicken Fang gemacht Guten Morgen Kinder, holt eure Mathe-Hälfte raus Oh, schon wieder Mathe Voll cool das Feuer Guck mal, wie das brennt Riechst du das auch? Das riecht voll verbrannt Frau Tafel Ja, was ist Saskia? Es riecht hier voll nach Rauch Ja, stimmt Jetzt rieche ich es auch Es brennt Ah, Hilfe, es brennt, es brennt Verhaltet euch ruhig, Kinder Und du, Saskia, drückst den Knopf vom Feueralarm Und jetzt geht geordnet und ruhig zum Treppenhaus Und dann gehen wir gemeinsam zur Sammelstelle In der Schule ist der Feueralarm ausgelöst worden Alle Fahrzeuge ausrücken Meine Augen, ich sehe nichts mehr So viel Rauch Feuer Schnell raus So viel Rauch ist hier überall Hilfe, Feuer Frau Tafel, es ist hier voller Rauch Man sieht nichts mehr Oh je, dann kommen wir übers Treppenhaus nicht raus Schnell, lasst uns in den Chemieraum gehen Oh, so viel Rauch Oh je, es raucht so viel Hilfe Oh, die Feuerwehr ist da Zum Glück ist die Feuerwehr jetzt gekommen Wir sind gerettet Jetzt einzeln in das Sprungtuch springen Juhu Gerettet Gut gemacht, jetzt geh schnell zu deinen Freunden Saskia, hier sind wir Ich bin so froh, dass wir gerettet sind Ich hatte solche Angst Endlich raus hier Ah Hier seid ihr alle Zum Glück sind wir alle unbeschadet aus dem Schulhaus rausgekommen Frau Tafel Kommen Sie bitte her Hier, die zwei kleinen Brandstifter haben wir gerade geschnappt Ihr zwei habt ja was angestellt Zum Glück ist niemandem was passiert Als Strafe habt ihr ein Jahr Putzdienst Wow Oh nein, mein Porsche Polizeistation, Frau Meier am Apparat Mein roter Porsche mit dem Kennzeichen PM 153911 wurde geklaut Ich gebe es sofort an die Polizeistreife weiter Ich bin so froh, wenn ich gehe Cine Junge Das war's für heute. Oh no! ile.. � domestiky par par 쾌 par 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 Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020